Musik Mein Freunde, was geht? Lass gerne einen Like da, Abonniere, gerne einen dritten Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch noch mal bittet. Ähm, wir haben Repo Summer Edition. Zum Noonberry. Das ist wie Heideberry. Bismillah. Nicht schlecht. Also wirklich nicht schlecht. 9.10 meine Freunde, Alter. Kann ich nicht sagen, 9.10. Ähm, ich hoffe euch die Sorte. Die ist jetzt nicht schlecht. Geht. Aber würde ich jetzt nicht so wiederholen, ne. Felsenbirne ist das. Das ist einfach Felsenbirne. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nie gegessen. Aber es schmeckt sehr lecker. Bruder, sehr lecker. Die überzeugt mich. Ich würde sagen, Daumen hoch. Im Winter soll eine neue Edition kommen. Und das war jetzt halt die neue Edition, die gestern erschienen ist. Und zwar haben die vorher bekommen. Aber in Köln ist die kurz vor April erschienen. Und die ist jetzt da. Kann man gelesen. Und die ist bis zum nächstes Jahr Sommer da. Also nächstes Jahr ist die dann komplett weg. Es sei denn. Die wird für immer bleiben. Aprikose. Nein, Aprikose. Nein, die werden immer ein Jahr bleiben. Wenn ein Jahr vorbei ist. Dann werden die Sorte komplett verschwinden. Felsenbirne. Aber ein Jahr ist viel. Dann kann jeder ja die Sorte probieren. Und sagen. Die schmeckt. Die schmeckt nicht. Und ja. Und ja. Die schmeckt. Kann man machen. 9 von 10 wie gesagt. Und ich hoffe. Ihr habt einen wunderschönen Abend. Wir haben schon. Ich glaube es ist keine 20 Uhr. Aber. Wunderschönen Abend noch. So.